Hallo zusammen, seid ihr bereit? Wir legen los, marschieren am Platz und an den Einen. All of the life. Aqui, step down. Nec. Achtung. Cha-cha-cha. Mit Mambo dazu. Cha-cha-cha. Mambo. Ich verändere sie etwas. Strecken. Rücken. 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 Und das gleiche. Nummer vier. Step down. Machnivir. Drachen. Spider legg. Und ein bisschen scraper. Okay. Okay, innen, innen, und wisst es, das bleibt, ja, nochmal, und stecken, und dann noch ein bisschen stücker, ja, auch das, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, okay, nochmal, und, noch, das ist die Beendung, Step-Dash, okay, und die Arme, Noch mehr. Fadebure. Lass. Es klappt. Gleich noch mal. Nach dir so. Fadebure. Lass. Okay? Einmal noch links. Stabtasch bei Elbenrecken. Schau an. Und links und rechts und links. Dreimal. Und dann geht es der Platz. Drei. Einmal noch. Vier. Drei. Zwei. Nach oben. Halbure. Hadebure. Und rechts und zwei und drei. Dreimal. Schaffst du das? Machen wir das noch mal? Ries und drück. Bist du bereit? Fünf, sech, sieben, acht. Eins, eins, zwei und drei. Hopp. Letzt. Und rechts und rechts. Komm, komm. Erstreiks leg. Bein zurück. Oh, ah, ah. Oh, yes. Oh, yes. So, I do it to go. Und noch weiter. Und noch weiter. Schau mich an. Einmal. 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 Drei. Zwei. Einmal. Einmal. Tapp. Drei. Und jetzt einmal. Innen. Aus. Bleib. Drei Stück. Einmal. Einmal. Innen. Aus. Und den Arm. So. So. Super. Machst du so. Mach mit. Einmal. Innen. Innen. Sieh. Sieh. Tapp. 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 Und links. Auf. Einmal Tapp. Und dann ziehst du wieder mal den Knie nach oben. Hoh. Sieh. 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 Alles klar. Machst du mit. Wir üben das. Alles klar. Für den letzten Wort. Step Dutch. Und ich verändere auch die ersten zwei Step Dutches. Schau mich an. Das bleibt. Das ist die. Drei. Drei. Einmal. Zweimal. Drei Mal. Stop Dutch. Wir haben nur den ersten so ein bisschen. Keep going. Keep going. Innen. Außen. Na. Und jetzt dreimal. Zwei. 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 Und. Einmal. Und mache das mit Keep going Change. Und dann probieren wir dann zu. Auf. Zieh. Okay? Bist du bereit? Wall Change. Und jetzt ziehst. Und jetzt dreimal. Eins. Zwei. Drei. Fertig. Und jetzt ziehst du. Sehra gut. Aber noch. Passieren wir noch. Komm her. Keep the ball, change. Wir müssen gut. Ss. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich scheibe den Stille. Komm her. Komm her g해. Komm hergen. Komm her. Komm her. Komm her all. Wonte. Wonte. 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6 5 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 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 16 16 16 16 19 19 20 15 16 16 17 17 18 19 20 20 21 21 22 22 21 22 24 25 25 25 25 26 25 Nach dem Boden. Noch einmal. Noch mehr. Sehr schön. Immer noch in die Gnie. Das ist ein Knie. Du spürst, bauchfest. Du musst dein nach oben. Du fängst raus. Gleich noch ein bisschen nach unten gehen. Einmal auf. Schön. Und jetzt bleibe noch ein bisschen unten. Du restst den Ball zusammen. Spüre deine Kniegelenke. Halte Bauch. Test. Mach das. Und dann strecke dich nach oben raus. Lockere deine Beine. Setz den Ball drauf. Streck los. So. Noch einmal. Streck. Noch einmal ein bisschen mehr. Ferse geht nach oben. Standbein rechts ist mit euch. Und gleich noch mal. Oben. Oben. Einmal noch. Gut. Und ein letztes Mal. Und jetzt halt den Daumen. Bisschen kürzen. So schön. Noch vier. Drei. Zwei. Und wieder absetzen. Und jetzt rollen die Beine. Innen aus. Sehr schön. Und wieder absetzen. Hoch gehen. Bisschen zur Seite kommen. Wieder nach oben strecken. Verabsetzen. Wieder nach unten gehen. Füße parallel. In die Beugung. Weg. Nochmal ein bisschen beugen. Und wieder strecken. Weg nochmal. Beugen. Und wieder strecken. Beim letzten Mal noch ein bisschen länger bleibt. Achtet drauf, dass die Ferse unten bleibt. Schulbauch einstecken. Schulbe neutral. Ball ein bisschen zusammendrücken. Spüre die Spanke. Oberstchenkel bereich nach. Ah, dann kommt hoch. So. Strecke. Wir legen das Ganze auf die rechte Seite. Strecke das Bein aus. Hoch. Noch mal nach oben. Leider mal nach oben. Strecke. Noch mal nach oben. Aber der Ferse. Noch länger. Drei. Zwei. Einmal noch. Und jetzt bleiben auch ein bisschen kurz. Wir sind gut. Wir sind gut. Genau das. Wir sind gut. Drei. Zwei. Und jetzt halten. Und jetzt wieder nach oben. Überlegen. Und der Bein solltet bloß bei nach oben. Spüren. Reicht. Kopf. Inferlegen. Drei Mal. Sehr gut. Und wieder nach oben. Absatz. 1, 2, 3. Los, raus. Auch hinten etwas zusammenbrücken, ein bisschen nach unten gehen. 1, 2, 3. Noch ein bisschen tiefer. Schwingt noch ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen mehr. 3, das schaffst du, schaffst du. Noch ein bisschen mehr. Ein Stück mehr. Und jetzt nach oben. Und gleich noch einmal. Wir müssen noch ein bisschen beugen. Tiefer gehen, tiefer, tiefer. Den Ball zusammendrücken, ein bisschen beugen. 2, hinter den Ball zusammendrücken. Hinter dem Rücken. 4, 3. Noch ein bisschen tiefer, schaffst du. Schaffst du. 4, 3, 2. Okay, und jetzt noch umstrengt. Umstrengt. Noch sehr ganz. 3, 2, 3, 2, 3. Okay, jetzt gibst du den Ball. Nach rechts. Wir gehst beides dran. Und versuch das immer in der Luft zu halten. Und spiel ein bisschen mit dem Ball vor der Hand in die Hand. Rüber. Setzen. Ja. Und immer noch Beide in der Luft halten. Noch vier. Drei. Und. Zwei. Vier. Jetzt Fuß mal. Und ein bisschen halten. So. Und noch. Rüber. Strecken. Rüber. Strecken. Innen. Innen. Wir haben sie mehr nach innen. Und mehr nach außen. Und das letzte Mal. Halte. Herabsetzen. Nach oben. Knie nach außen. Schuhe tief. Und bald zusammenrücken. Bleibe da. Erst ein bisschen hoch. Drei. Spannung, Boden verlieren. Zwei. Und jetzt kannst du. Räume. 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 Spannung im Po. Leggen Boden. Zwei. Knie zusammenrücken. Vier. Drei. Zwei. Und jetzt wieder ein bisschen pumpen. Schön bleiben. Und damit. Ein bisschen nach Boden gehen. Wachsen, 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 wachsen. Und entlösen. Unentlösen. Ball nach oben. Rechts. Rechte. Bein. Innen. Platz. Das auch. Wir sind bei den Ballspielen drüber. Hängen ab. Erste. Innen außen. Ein bisschen drauslegen. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Noch mehr. Noch mehr. Drei. Noch mehr. Echt. Echt. Drei. Noch mehr. Noch mehr. Jetzt auch. Gut passt. Drei. Nehmt. Dein Ball. Runde rein. Und deine Knie. Und du bist es nicht noch gespringen. Und du magst die Schneegelenke. Machst du deine Arme. Und du hast dich balanciere. Und du zieh dich auch. Und du bleibst dich aus. Aufschluss noch. Und du zieh dich. Beschäftig. Strecke. Bleib. Und du kommst nochmal runter. Und du hast es locker. Und steck dir unter das andere Bein hoch. Unter die Kniekelle. Unter den Uberschenken. Spannung. Locker Fuß. Und dann nach außen streck die Arme. Und jetzt geh wieder nach oben. Bauerne Kniekelle. Die Karte auf, schulden neutral, bauchfest, groß, wenn natürlich hohen Stand, weil es immer gut ist. Jetzt wieder Atmen. Noch ein bisschen kurz. Stabil, schulden. Oh, dann höher aufstehen. Unterlegen wir den Hals zur Seite. Oh, ein bisschen zu locker. Oh, ein bisschen zu locker. Aber es ist nicht schlecht. Wir versuchen uns wieder mal dran zu erinnern. Wie war das für unsere Kombination? Wie war das von einem Hack-Arm? Step-Lash. Nein. Nachaus. Strecke. Zurück. An. Aufstehen. 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 Die Karte aufstehen. Oh, nein. Der Alle ins Karte. Oh, nein. Ich liebe dich. Gut. Dann haben wir das. Danke dir. Tanz dich weiter fit.